Sieht für mich erstmal komisch aus, aber ich bin gerade aus dem Bett gekommen, weiß nicht, wie das wirklich aussieht, also wie das. Ob das jetzt nur für mich so aussieht, wie so ein einzelner Lichtstrahl da. Abgefahren. Bin ich aber gespannt, ob man das auf der Kamera sehen kann. Was ich da eben gesehen habe. Unglaublich. Was war denn das? Jetzt ist der Effekt weg. Hab ich noch nie gesehen, so was. Noch nie. Was war das? Sehr merkwürdig.